5. Konstabel, Wegfinale, Fernechtel. Ein bisschen Geräuschlauten, Ausgangs der Rettigekurve. Die erste Reihenfolge, erste Runde. Erik Jocke, die Stille, Andreas Huschmann, andere Kosten. Und jetzt ein Job, das ist eine Geräuschung. Jetzt sind wir entfernt vom, äh, auf die Gitarre. Die Rüstunger wurde noch besser, aber, die wir auch ganz schnell weiterentwickeln, die wir auch gehen. Es ist leider, ja, die wir auch noch viel länger, die wir jetzt haben, auch bei seinem Comeback, nicht so ganz, bei der Musik dabei. Rücken gerade heraus. Jocke, Stille, Huschmann, und die Rüstunger. Hier kommt Rüstunger. Hier kommt Rüstunger. In Rüstunger. Source, eher mit. Das ist sehr其实. Hier haben wir die Rüstungerhäuser. Und jetzt noch die Rüstungerhäuser, die haben die Rüstungerhäuser bekommen. Und jetzt noch die Rüstungerhäuser und die Rüstungerhäuser. Die Rüstungerhäuser ist nämlich am Event. Erstensいい als Rüstungerhäuser. An das ein Feindungsangebot von Rüstungerhäuser-Beströken. Er ist im Moment auch auf dem Weg nach vorne, doch nicht auf dem Weg ins Nachfinale. Immer wieder einmal in den Vibe-Kurve. Hier er wird auf die Kurve starker Geschehen. Die Vorbau kann sich deutlich absetzen hier, unsere Vibe-Kurve ist nicht so, Markus Kurummel, Kommt derweil raus und Spenner hat er den Wettbewerb wieder sauber genommen, Erik. Und ich zähle mir den Jokern. Zwei Runden vor Schluss ist das gut. Sie haben jetzt einen Jokern gewusst. Mensch, würde ich das auch wieder reichen. Acht, Acht, Neun, Spiegel. Ach, der neunte Platz wäre das. Also im Moment würde es nicht die Fahrzeuge gegen die Ame Spiegel. So, die... Der 14-Hunderland, der VX-Campus liegt schon am Start. Die Joggen zählen auf den beiden Fächern. Die Joggen zählen auf den beiden Fächern nach nach der Sonne. Die Joggen zählen auf den beiden Fächern nach nach der Sonne.